Hallo und herzlich willkommen hier zur neuesten Aktienanalyse auf unserem Finanzsägekanal. Ich bin Finn und ich präsentiere euch heute unsere Aktienanalyse über Vata. So, ich würde sagen, dann starten wir auch direkt rein und gucken uns erstmal vielleicht die grobe Übersicht über Vata an. Vata ist ein deutsches Industrieunternehmen, was mit vier Tochterfirmen zusammen die Vata AG bildet. Sie haben aktuell ungefähr 4.600 Mitarbeiter und haben ihren Hauptsitz in Deutschland. Zum aktuellen Zeitpunkt beträgt die Marktkapitalisierung von Vata 5,95 Milliarden Euro. Und das Ganze muss man verrechnen mit einem Umsatz in 2020 in Q1 bis Q3 von 630 Millionen Euro. Dazu kommt ein Gewinn wieder im gleichen Zeitraum von 78 Millionen Euro. Da sieht man natürlich schon, dass eigentlich ein relativ gesundes Gewinn-Umsatzverhältnis ist bzw. die Marge stimmt da an der Stelle auf jeden Fall schon mal. Die Marktkapitalisierung ist hier natürlich relativ hoch angesetzt, aber das kommt natürlich auch ein bisschen daher, dass sie in einer relativ attraktiven Branche, die relativ zukunftsträchtig ist, arbeiten. So, wenn man sich hier jetzt nämlich auch mal den Umsatz zum Vata anschaut, sieht man eigentlich relativ schön, dass der Umsatz in den letzten Jahren ziemlich kontinuierlich gesteigert wurde. Und 2020 sticht hier natürlich ziemlich heraus. Wenn man sich nämlich die Zahlen von Q1 bis Q3 anschaut, dann sieht man hier schon deutlich, dass der Umsatz extrem gesteigert werden konnte und da fehlt ja sogar noch das 4. Quartal. Darüber werden wir auch noch mal etwas genauer sprechen, denn das 4. Quartal soll bei Vata diesbezüglich extrem gut ausgefallen sein. Und hier noch mal deutlich stärkere Umsatzzahlen hervorgebracht haben als eh schon in den letzten vergangenen drei Quartalen in 2020. Damit hätte man dann natürlich ein super gut gelaufenes 2020 da stehen mit einer wahrscheinlich sogar fast Umsatzverdopplung im Gegensatz zu 2019. Deswegen, das sieht man natürlich dann dementsprechend auch gleich im Chart. Wenn wir hier über die Gewinnzahlen sprechen, können wir eigentlich genau das gleiche sagen. Der Gewinn wurde auch ziemlich kontinuierlich seit 2016 auf jeden Fall extrem gut gesteigert. 2020 sticht hier auch wieder relativ hervor, zwar nicht ganz so stark wie der Umsatz, aber hier stimmt die Marge dementsprechend auch noch relativ gut. Sie haben ja eine ziemlich stabile Marge und können damit auch extrem gute Gewinne hier einfahren. Hier natürlich auch wieder vermerkt darauf, hier fehlt noch Quartal 4. Die Zahlen dazu sollen dann dementsprechend Analystenvoraussagen her ziemlich gut gelaufen sein. Das wird der Aktie natürlich dann auch noch mal einen gehebigen Schub geben, wenn diese dann veröffentlicht werden. Das soll ungefähr am 18. Februar passieren. So, als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns dann hier ganz klar erstmal den Chart von Varta an. Varta hat hier natürlich seit einigen Jahren eine relativ stabile Rallye hingelegt. Die haben eigentlich ziemlich kontinuierlich den Kurs relativ gesund steigern können. Hatten dann hier allerdings Ende 2019, Anfang 2020 ein relativ starkes Hoch gehabt von knapp 125 Euro. Hatten dann hier einen relativ starken Abverkauf. Das liegt ganz klar daran, dass Varta in der, wie gesagt, Batteriebranche tätig ist. Und da die Gerüchte groß wurden, dass in China mögliche Konkurrenz die Produkte von Varta gegebenenfalls billiger oder dementsprechend vielleicht zumindest gleichwertig für einen günstigeren Preis produzieren könnte. Und da gab es dann einen ziemlich gehörigen Abverkauf dann hier von fast 60, 70 Prozent. Und dazu kam dann natürlich auch noch der Corona-Crash generell. Da sind die Börsenmärkte ja generell extrem unter Druck geraten. Das hat dann Varta natürlich auch noch mal hier deutlich unter die Räder gezogen. Und dementsprechend hatten wir ja ein 2020-Tief von knapp 50 Euro. Aber da muss man auch ganz klar sagen, seitdem hat sich die Aktie extrem gut wieder erholt. Wir hatten hier dann ein neues Allzeithoch im September 2020 von knapp 38 Euro. Seitdem dann wieder eine leichte Korrekturbewegung hier. Wir haben dann hier ein Ascending Triangle gebildet und konnten dann hier aus dieser Kursverspitzung auch in letzter Zeit ausbrechen. Warum dieser Ausbruch dann hier so stark war, ist einerseits dadurch gegeben, dass wie gesagt eben schon die Quartalszahlen von Q4 von Varta extrem stark sein sollen. Und dementsprechend hatten hier schon einige Anleger darauf spekuliert, dass die Quartalszahlen wirklich dementsprechend ausfallen, wie die Analysten das hier vorausnehmen. Und deswegen gab es ja so einen starken Anstieg. Das Ganze hat auch noch etwas damit zu tun mit einer Short-Position von Melvin Capital. Darauf gehen wir aber dann auch gleich nochmal etwas genauer an. Ich würde sagen, vom Chart her reicht es dann jetzt erstmal. Allerdings muss man hier natürlich auch sagen, der große Anstieg hier ist ehrlich gesagt schon wieder relativ stark abgefallen. Wir befinden uns jetzt wieder hier knapp über den Mehrjahresresistance. Dann vielleicht nochmal kurz über die Aktionärstruktur von Varta. Die ist nämlich auch ziemlich interessant. Denn Varta wird mit knapp 60% Beteiligung von einer Schweizer Firma gehalten, nämlich Montana Tech Components. Das ist eine Firma, die in genau dieser Branche halt investiert ist. Sie besteht aus vielen Tochtergesellschaften, zu denen dementsprechend dann auch Varta gehört. Es ist eigentlich, sage ich mal, in dem Sinne nichts Ungewöhnliches, dass halt einfach von einer größeren Firma ein großer Teil dieser Varta-Firma dann aufgekauft wird, um einfach die Beteiligung in dieser Branche noch zu erweitern und um noch größere Marktanteile zu erlangen. So, wenn wir dann hier vielleicht nochmal auf die Segmente vom Varta eingehen. Das ist eigentlich relativ interessant, denn sie sind relativ breit in der gesamten Batteriebranche aufgestellt. Das geht hier, um vielleicht das kurz erstmal runterzubrechen, von Mikrobatterien über allgemeine Firmenlösungen für andere Firmenkunden, die halt bestimmte Produkte auf den Markt bringen wollen, über für den Endkonsumenten entwickelte Haus-Storage-Systeme und sonst was. Über halt, wie gesagt, ja auch zum Beispiel Notstromanlagen und sonstiges. Zum Beispiel bei den Mikrobatterien würden wir jetzt vielleicht nochmal etwas genauer drauf eingehen. Dazu zählen dann ganz klar hier einmal, das ist vielleicht auch so ein bisschen das bekannteste gewesen. Deswegen war auch der Anstieg vor 2019, woher ich euch eben den Chart nochmal aufrufen soll. Ich kann das auch kurz nochmal machen. Vor 2019, hat man hier gesehen, gab es ja einen ziemlich stetigen Anstieg. Und das lag auch unter anderem daran, dass Varta verkündet hatte, die Batterien für die Apple AirPods zu bauen. Und das hat ziemlich vielen Investoren natürlich extrem gut gefallen. Waren ziemlich gute News, deswegen gab es ja auch diesen starken Anstieg. Aber hatten wir eben schon darüber gesprochen, wegen der möglichen China-Konkurrenz gab es ja dann auch einen ziemlich starken Abverkauf wieder. Und ja, hatten wir eben schon das Thema. Dazu gehört dann aber auch noch zu den Mikrobatterien, dass das kleine Batterien für Hörgeräte sind. Für Autoschlüssel, für IT-Kommunikation, für Drohnen, für Fotogeräte, für Handbohrgeräte oder irgendwelche Accessoires im Garten oder sonst was. Das heißt, da sind sie wirklich extrem stark aufgestellt in diesem Bereich Mikrobatterien für allerlei Objekte von anderen Firmen, wo halt einfach Kleinstbatterien benötigt werden. Die passen sie dementsprechend dann auch an. Und das macht auch einen sehr großen Teil ihres Umsatzes aus, ungefähr 80%. Dann haben sie natürlich noch ihre drei anderen großen Segmente. Das ist dann einmal für den Consumer entwickelte Batterietechnik. Das sind einmal ganz klassische Haushaltsbatterien. Einfach diese AA-Standardbatterien, AAA-Batterien oder diese etwas größeren. Die haben sie dann auch noch als Recharging-Batterien. Das heißt, man kann diese dann wieder aufladen. Die ganze Konstruktion dafür, um diese Akkus dann wieder aufzuladen. Das sind dann dementsprechend nicht typische Batterien, sondern halt Akkus. Akku-Packs verkaufen sie natürlich auch. Und dementsprechend sind sie auf dem Batteriemarkt, also dem klassischen Haushaltsbatteriemarkt, auch stark vertreten. Dann, wie eben schon angesprochen gehabt, vertreiben sie auch Notstromversorgung für, ja, ich sag jetzt mal so, alle Einrichtungen, die das benötigen könnten. Heißt, Krankenhäuser, Behörden, Internetprovider und so weiter und so fort. Zudem gehört noch zu den Storage Solutions Großspeicher für private Haushalte. Das heißt, wenn man beispielsweise eine Solaranlage auf dem Dach hat, wird es ja oft benötigt, dass gerade wenn die Sonne sehr scheint, muss man öfters mal nicht heizen. Das heißt, der Strom ist überflüssig und man kann diesen dann einfach speichern und für Zeitpunkte verwenden, wo viel Strom benötigt wird oder gegebenenfalls sogar zurück einspeisen. Aber da dieses Zurück einspeisen nicht so lukrativ ist, gibt es dann halt diese Großspeicher für private Haushalte. Das vertreiben sie dementsprechend auch, macht aber wie gesagt, wie die Notstromversorgung und wie auch die kundenspezifischen Lösungen, eher einen geringeren Teil ihres Umsatzes aus. So, dann kommen wir noch vielleicht zu den kundenspezifischen Lösungen. Sie bieten ebenfalls auch an, für halt Firmenkunden oder beziehungsweise gewerbliche Kunden halt Batterien zu entwickeln, die halt für verschiedenste Kleinstanwendungen, die dann unter anderem oftmals zu diesem Microbatteries-Segment gehören, da entwickeln sie halt dann für diese Unternehmen spezifisch die Batterien, damit diese dann halt einfach für ihre, ja, sich im Endeffekt mit der Batterieproduktion nicht beschäftigen müssen und beispielsweise halt, ja, kleine Akku-Packs für Baumaschinen oder sonst was nicht selbst entwickeln müssen, sondern das macht dann, übernimmt dann halt Warta für die jeweiligen Unternehmen. Dann schauen wir uns hier vielleicht nochmal den gesamten Absatz an, nach Regionen. Da sieht man auch wieder, dass Warta einfach auf dem gesamten Batteriemarkt extrem breit aufgefächert ist. Der größte Absatz geht demnach hier mit 43% nach Asien. Danach kommt Europa, inklusive Deutschland, dann auch knapp mit 40% wieder. Deutschland macht dabei auch knapp unter der Hälfte aus von dem europäischen Absatz und dahinter kommt dann noch Amerika mit knapp 16% und danach noch 1% aus anderen Regionen. Und da sieht man auf jeden Fall auch ganz klar, dass Warta einfach weltweit ziemlich führend in dem Batteriegeschäft ist. Auch wie ich eben euch schon in den verschiedenen Segmenten erklärt habe, dass man einfach ganz klar sieht, dass sie halt von Kleinstbatterien bis zu großen Storage-Möglichkeiten alles einfach anbieten und das auch, ja, relativ stark in ihrer Marktposition widerspiegelt. Entschuldigung, dass sich das auch relativ stark in ihrer Marktposition widerspiegelt. So, dann kommen wir eben nochmal auf die aktuellen News ein, die ich eben schon angesprochen hatte. Da geht es dann einmal zum Beispiel um jetzt, ja, ich sage jetzt mal genau die letzten Tage. Da hatten wir ja am Chart eben schon gesehen, dass da nochmal ein extremer Anstieg gewesen ist. Der wurde jetzt zum größten Teil auch schon wieder abverkauft. Allerdings muss man sich ja trotzdem damit beschäftigen, warum dieser Anstieg denn da gewesen ist. Ich denke mal, es hat eigentlich kaum jemand mehr nicht mehr mitbekommen in den letzten Tagen, die ganze Thematik mit GameStop, mit dem WallStreetBetsForum und, ja, der gesamten Thematik dahinter. Da ging es ja darum, dass hauptsächlich auch Hauptakteur dabei, Melvin Capital, ein großer Hedgefonds mit, ja, knapp 7 Milliarden verwalteten Kapital, mit 7 Milliarden US-Dollar verwalteten Kapital, eine relativ große Short-Position auch bei Warta aufgebaut hatte und dass deswegen die Aktie auch durchaus unter Druck geraten war. Jetzt kam es natürlich dazu, dass viele Anleger der Meinung waren, dass hier vielleicht auch ein sogenannter Short-Squeeze kommen könnte. Das heißt, dass die Short-Positionen aus der Aktie rausgedrückt werden sollten und, ja, wie man es jetzt nehmen will, ob das jetzt genau passiert ist oder nicht, auf jeden Fall kann man sagen, dass ein Großteil dieser Short-Positionen, der natürlich auch nicht nur von Melvin Capital ausging, inzwischen geschlossen wurden. Am Anfang des Jahres betrug die Short-Quote der Free-Fraud-Aktie noch ungefähr 9%. Aktuell sind diese Free-Fraud-Aktien nur noch zu 1%. Ja, in Leerverkäufen und dementsprechend kann man natürlich sagen, dass die großen Short-Positionen hauptsächlich schon ihr Kapital wieder aus der Aktie rausgenommen haben und das macht so eine Aktie natürlich dann deutlich attraktiver wieder für Anleger. Allerdings muss man hier aktuell einfach schauen, weil, wie gesagt, die Aktie ist extrem volatil. Ich habe jetzt eben im Chart gesehen, wir hatten hier Zuwächse von knapp 60%. Das Ganze wird jetzt eigentlich auch schon fast wieder vollständig abverkauft und ja, das hat dann eigentlich, sage ich mal, mit den Fundamentaldaten des Unternehmens, zumindestens wie das Unternehmen in den letzten Jahren die Wirtschaft hat, vielleicht weniger zu tun, sondern eher mit so einem, ja, größtenteils Börsenzockereien halt, um hier so einen Short-Squeeze zu verursachen oder auch nicht. Jedenfalls diese Schätzungen der Short-Quoten hier, das sind auch nur Schätzungen, das kann man nicht so genau berechnen, weil die Unternehmen sind nicht verpflichtet, das zu veröffentlichen. Dementsprechend sind das hier einfach nur Schätzungen von Analysten. Zudem muss man halt auch noch sagen, das kam, der Pump zumindestens, also dass die Aktie so stark angestiegen war, kam durchaus auch davon, dass halt viele Analysten davon ausgehen, dass die Quartalszahlen zu Q4 2020 extrem gut sein sollten. Dementsprechend auch hier, das hat natürlich die ganze Thematik nochmal befeuert und dementsprechend auch dieser extreme Anstieg. Da muss man einfach ganz klar gucken, am 18. Februar kommen die Quartalszahlen dann ungefähr raus. Da kann man einfach mal ein Auge drauf haben, wenn die dann wirklich dementsprechend sein sollten, kann es natürlich auch sein, dass wir die Rallye vielleicht einfach fortsetzen oder zumindestens einen Teil der Rallye nochmal wieder den Kurs nach oben bewegen. So, ich würde sagen, dann ziehen wir doch mal ein Fazit für die ganzen Aktie. Und ja, ich würde behaupten, die Aktie ist auf jeden Fall Marktführer in ihrer Branche. Sie sind weltweit vertreten in der Batteriebranche, decken da auch eigentlich alle Segmente ab, von wie gesagt Kleinstbatterien bis zu extrem großen Lösungen für private Haushälte und sonstiges, sind da auch relativ flexibel für andere gewerbliche Kunden und dementsprechend auf jeden Fall auch umsatztechnisch gesehen Marktführer weltweit in dieser Branche. Sie sind sehr innovativ, setzen immer wieder auf neue Möglichkeiten, gerade, sag ich mal, dadurch, dass sie auch immer offen sind für neue gewerbliche Kunden, dafür neue Solutions beziehungsweise Lösungen zu finden und berufen sich natürlich auch auf einen großen Erfahrungswert. Die Firma existiert seit 1855, sind seit vielen Jahren an der Börse auch vertreten und dementsprechend haben sie natürlich hier viel Erfahrung und selbst wenn nochmal so ein Gerücht aufkommen sollte, dass beispielsweise in China diese Batterien billiger hergestellt werden könnten, denke ich mal, kann sich Vata hier durchaus weiter durchsetzen, da sie einfach sich auf ein großes Erfahrungswissen berufen können. Zudem könnte man natürlich ja auch noch sagen, dass Vata angekündigt hatte in 2020, dass sie sich auch damit beschäftigen wollen, Elektroautobatterien herzustellen, das ist ja aktuell an der Börse auch ein ganz großes Thema. Wir hatten da Firmen wie Tesla, die da unglaubliche Gewinne mit einfahren könnten. Man sagt ja immer so, die Autodinos aus Deutschland, I don't know, Mercedes-Benz, BMW, VW und so weiter, die müssen da ja auch noch nachziehen. Und da wäre es natürlich interessant, ob die sich vielleicht auch noch einen strategischen Partner aus genau dieser Branche, aus der Batterieherstellung vielleicht noch zu Hilfe ziehen. Und wie gesagt, Vata selbst hatte da auch schon angekündigt, dass sie in dieser Branche auch noch tätig werden wollen. Dementsprechend kann man da vielleicht auch noch darauf spekulieren, dass da noch etwas größere Ankündigungen kommen, wenn sich das Ganze dann mal vielleicht etwas weiterentwickelt. So, natürlich muss man jetzt auch noch sagen, es gibt natürlich auch ein paar Kontrapunkte. Vata hat zum Beispiel ein extrem hohes KGV, theoretisch zumindest gesehen. Man muss auch ganz klar sagen, viele Batteriehersteller weltweit fahren aktuell noch gar keine Gewinne ein. Dementsprechend ist Vata da eigentlich relativ gut aufgebaut. Wir haben ja vorhin die Umsatz- und Gewinnzahlen gesehen, sie steigern das eigentlich kontinuierlich. Allerdings haben sie aktuell ein KGV von 95, was natürlich im allgemeinen Marktvergleich jetzt nicht sonderlich attraktiv ist für die Branche. Dementsprechend noch relativ angebracht, aber allgemein 95 natürlich extrem hoch bewertet. Zudem ist es aktuell natürlich auch extrem negativ zu sehen, dass die Aktie extrem volatil ist. Denn wir hatten gesehen, die Aktie hatte einen Kursgewinn von ungefähr 60%. Dieser wurde dann auch innerhalb von zwei Tagen wieder fast vollständig abverkauft. Da kann man natürlich als Anleger auch relativ schnell ziemlich große Verluste einfahren, was natürlich nicht positiv ist, da die Aktie, wie gesagt, teilweise Spielball wurde von irgendwelchen Börsenspekulationen. Und man muss auch noch sagen, in der allgemeinen Batteriebranche herrscht aktuell ein ziemlicher Konkurrenzdruck. Denn es gibt einfach immer mehr Batterieproduzenten. Auch gerade, weil jetzt viele Firmen durch die Elektroautos darauf gekommen sind, in Batterien zu forschen und so weiter, wäre es dann natürlich ziemlich fatal, sollten andere Firmen da irgendwelche großen forschungstechnischen Errungenschaften erwerben. Denn Vata setzt natürlich auch ihre Erfahrung daher, dass sie ziemlich viele Patente haben und Sonstiges, wodurch sie natürlich ihre Marktposition sichern können. Sollte sich das in der Zukunft ändern, würde Vata hier natürlich auch nochmal ein ziemlich anderes Bild in dem Marktumfeld haben. Dementsprechend muss man hier natürlich auch wieder vorsichtig sein. Allgemein kann man zu Vata natürlich sagen, es ist eigentlich ein ziemlich feines deutsches Unternehmen. Sie steigern ihre Gewinne ziemlich gut. Sie haben eigentlich ein relativ stabiles Umsatzwachstum. Und aktuell werden die Batterien immer gefragter weltweit. Dementsprechend ist das hier auf jeden Fall nichts Schlechtes so gesehen, auch wenn sie etwas hoch bewertet sind. Und natürlich muss man vor allem in den nächsten Tagen schauen, vor allem bis sich die ganze Sache, sag ich mal, mit diesem Reddit-Forum und so weiter und so fort vielleicht geklärt hat. Da sollte man da zumindest auf jeden Fall sehr vorsichtig sein und ja, prinzipiell natürlich sonst eine ziemlich attraktive Aktie. Das war es dann soweit von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was ihr so von der Aktie haltet oder lasst uns vielleicht sogar ein Like oder ein Abo da. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Sonst sehen wir uns morgen wieder im nächsten Daily Video oder am Donnerstag zur nächsten Aktienanalyse. Ciao, ciao!